ja das kommt zurück zu einer weiteren folge ich nehme gerade ein Stück aus ich will gleich mal eine Pause machen jetzt weiß ich auch endlich wo man lang muss und da drin ist auch noch so ein Teil irgendwie ohne Scheiß was macht das da ich bin gerade so froh dass ich das wieder hingekriegt hab ok das ist irgendwie gestorben gerade eben geht's dir gut? ok ich glaube der ist tot ok jetzt will ich einfach nur weitermachen mit dem Spiel gut ok ich will gleich die hallo oder oben ich hab der ist tot ok der ist eben weggegangen gerade eben ok jetzt hab ich wieder volles Leben geht's auch nicht irgendwo rein auch alles zu irgendwas was was ich bin ich bin Was, hab ich hier irgendwas? Magazine. Gut, wieder Schuss hab ich. Ebel. Was? Ich glaub, ich muss hier runter. Äh. Oh, fuck. Boah. Okay, ich weiß nicht. Oh. Och nein, nicht solche Drexteile schon wieder. Müsste ich gleich mal abschießen. Okay, eigentlich hätten wir da drauf sein müssen, den ganzen Viecher abwehren müssen, aber... Nein! Ich hab, ich muss jetzt hier entlang? Oder? Boah, heilige Drecksscheiße, Alter. Alter, knapp war das grad eben. So sieht's aus, muss ich denn... Jetzt läuft's auf einmal wirklich gut. Ich bin auf der anderen Seite angekommen. Mh, ich bringe jetzt auf. Oder da... ist gestorben gut alter ich will mal sagen ich mache jetzt schon die folge hier weil ich will jetzt nicht nur was ich will jetzt nicht noch umblicke herausfordern dass ich nochmal sterbe deswegen würde ich mal sagen das fass wir diese folge das nächste mal bis dahin ciao